Abwürfzone sicher! Abwürfzone gesichert! Abwürfzone umgehen! Wir haben die Abwürfzone eingedockt! Abwürfzone gesichert! Abwürfzone umgehen! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Modern War 4. Wir spielen den Modus Abwürfzone zum ersten Mal. So, dann schauen wir mal wie es läuft. Ich kenne jetzt leider nicht den Unterschied. Ja, das war ja aber richtig nackt. Den haben wir uns geholt. Okay. Wer für Granate! Wer für Bekürbungsgranate! Feind am Restaurant! Ziel einnehmen! Abwürfzone sicher! Abwürfzone kontrollieren! Wir haben uns auch gut. Abwürfzone gesichert! Abwürfzone umgehen! Direkt mal drei Kills hier auf... ...auf... ...Locker! Dann haben wir hier vom Balkon... ... vom Fenster runtergeschmissen. Der Feind hat die Abwürfzone eingedockt! Abwürfzone umgehen! 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 Die haben wir uns aufgeholt! Werfe eine Granate! Macht euch bereit zur nächsten Position vorzurücken! Ah! Nein! Hat er uns getroffen! Fünf Kills waren das! Auf einmal! Langsam Jungs! Ich bin da noch nicht mehr drin! Abwürfzone umgehen! 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 Den haben wir uns geholt. Ja, das Ding hat aber heftig geknallt hier. Nein, holt der uns von hinten. Was für ein Dreckiger. Macht euch bereit zur nächsten Position vorzurücken. Der verwendete Konterdrohne aktiviert, nutzt den Vorteil. Neue Abwurfzone identifiziert. Nein, da wollte ich ihn gerade noch abknallen. Jungs, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo da, unterstützt meinen Kanal. Magazinwechsel. Supportet meinen Kanal. Denn Support ist kein Mord, wie ihr wisst. Ja. Ja. Okay, ich habe es jetzt verstanden. Die Abwurfzone müssen wir verteidigen. Den haben wir. Nein, 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 nein. Da haben wir eine Falle. Neue Abwurfzone identifiziert. Neue Abwurfzone identifiziert. Neue Abwurfzone identifiziert. Ja, die Hunde kommen von hinten. irgendwie willst du nicht laufen zäh wie Kaugummi da haben wir uns noch gerettet ja den hatten wir noch ja was ist das denn hier mit dem Jet da der schießt die ganze Zeit aus uns so wieder wieder der Jet verflucht was soll das denn wer für Betäubungsgranate wer für Granate verbündeter Cluster schlag her den haben wir uns gerettet den haben wir uns gerettet gerettet die Abwurfzone kommt auf die so hier schauen wir auch noch woher kam das denn jetzt die Abwurfzone gehört uns für feindliche Konterdrohne wir haben das Radar verloren oh ne da hat er mich geholt der elendige Abwurfzone umkämpft Abwurfzone kompromittiert aber bereit zur nächsten Position feindliches geschütz aktief Abwurfzone umkämpft neue Abwurfzone identifiziert feindliche Drohne über uns die Abwurfzone gehört uns wir dürfen nicht nachgeben verbündeter Wilson im Einsatz starte Suche verbündeter Präzisionsluftschlag kommt Achtung feindliche Helium der Luft den haben wir mit der Hand dann hat er gepackt so aim komplett lost nein 10 Sekunden bereit halten zum die Abwurfzone gehört uns haltet die Position nein woher denn ach wieder dieser Jet der feind kann die Abwurfzone eroberten ist ja klar zum Jet auf uns ballert die ganze Zeit zum Jet auf uns ballert die ganze Zeit nein werden wir hier noch vergiftet mit irgendeinem Phosphor ja das ist doch nicht normal hab ich ja hab ich so haben wir eingenommen sauber super gewonnen haben wir wie gesagt wenn euch das gefallen hat abonniert meinen Kanal lasst einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns streamen der spielzug sauber sauber Co